Hallo, wissen Sie, was Franchising ist? Keine Ahnung, irgendwas aus der Wirtschaft? Nein, ganz genau nicht. Hätte ich gerne gewusst. So wie McDonalds zum Beispiel nicht. Franchising, nein. Franchising? Rosam war zum Beispiel sowas nicht. Nein, das habe ich nicht hinbekommen. Ähm, ja. Ja, ich habe es schon gehört, aber es sagt mir jetzt nichts. Franchising ist eine Form der Selbstständigkeit. Als eigenständiger Unternehmer schließen Sie sich einem sogenannten Franchise-System an. Das ist ein Unternehmen, die das Geschäftskonzept bereits ausprobiert haben und idealerweise auch bereits eine starke Marke am Markt bieten. Franchising gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen. Gibt es in der Technik, im Bau, Lebensmittel, Gastronomie und auch in allen Bereichen der Dienstleistung. Ich freue mich schon sehr auf die heurige Messe. Wir waren letztes Jahr dabei und konnten diesen Erfolg feiern. Und wir wollen auch heuer allen Interessierten wieder sagen, was das Franchising und welche Chancen es für sie bietet. Mein Name ist Barbara Rollinek. Ich bin Vertriebsleiterin bei Ankerbrot. Seit 2010 beschäftigen wir uns bei Ankerbrot mit Franchising. Der Vorteil von Franchising ist, dass sich unsere Franchise-Nehmer mit all ihren Qualitäten und Fähigkeiten in den Filialen vor Ort einbringen können. Hallo, wir sind Bodystreet, ein Mikro-Studio. Das Besondere bei uns ist, wir trainieren maximal mit zwei Personen. Ein Trainer ist immer mit dabei, der die Übungen kontrolliert und auch auf die Atmung achtet. Es ist ein intensives Muskeltraining, da der Impuls auch von außen mit einbringt. Toll ist, dass wir dieses Jahr bei der Franchise-Messe wieder mit dabei sind, dass unsere Marke noch bekannter wird und wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen. Mein Name ist Dieter Duftner. Ich bin Geschäftsführer der Franchise-Curator GmbH. Wir sind der erste österreichische Servicedienstleister für Franchise-Geber und Franchise-Nehmer und betreiben die Online-Plattform Net-Curator, meine Selbstständigkeit. Das Schöne am Franchising ist Partnerschaft auf armen Höhe und somit der leichtere Weg ins Unternehmertum. Besuchen Sie uns auf der Franchise-Messe in der Wiener Stadthalle. Als Franchise-System könnte die Messe ein Highlight in Ihrem Marketingplan sein. Und als Messebesucher, Besucherin erwartet Sie eine fülle und bunte Vielfalt von interessanten Branchen, Vorträgen und Präsentationen. Das ist für alle jene, die Lust haben, sich selbstständig zu machen, mit der Sicherheit einer Marke. Und auf der Messe wird fast jeder Topf seinen Deckel finden. Das ist für alle jene, die Lust haben, sich selbstständig zu machen.